Darf ich Frau Staatsrätin Erder und den Staatsschreiber Dr. Peter Grünfelder nach oben bitten? Da sind Sie. Darf ich mich in die Mitte stellen? Vielen Dank. Ja, wir sind am Ende dieser dritten Konferenz. Wir waren zuerst in der vierten Konferenz, ich muss es immer wieder zählen. Wir haben 2012 angefangen, waren in Aarau, waren in Stuttgart, waren wiederum in Aarau, waren wiederum in Stuttgart. Ich habe es schon mehrmals gesagt und mir wurde es auch aus dem Publikum zugetragen, man stellt eine gewisse Entwicklung fest in diesen drei Jahren, wo wir uns ausgetauscht haben über dieses Thema. Wie sehen Sie, haben Sie diese Entwicklung auch festgestellt, Frau Erler? Okay. Ja, also ich denke, die meisten hier sind sich einig, dass es auf Seiten der Deutschen eine große Kompetenzentwicklung gegeben hat. Das heißt, wir wissen insgesamt viel besser, wie bestimmte Instrumente anzuwenden sind, vor allem im Bereich der Beteiligung und auch wissen wir besser, wie das abzugrenzen oder zu ergänzen ist mit der direkten Demokratie und ich habe das Gefühl, wir wissen auch, was die anderen tun und wie sich das zu unserem Verhältnis sehr gestiegen. Also unsere Debatten haben ein ganz anderes Niveau, auch wie es handwerklich geht, das ist ja nicht unbedeutend, in den Abläufen, in den Verfahren. Und ja, also insofern, ich nehme eine große Annäherung, was nicht heißt, dass die Systeme deckungsgleich werden, aber doch wahr. Herr Krünenfelder? Ich teile weitgehend die Meinung von Frau Staatsrätin Erler. Ich glaube, am Anfang war es sehr theoretisch. Wir haben es versucht, gegenseitig zu erklären und heute verstehen wir es. Das heißt aber auch, wir können es kritisieren, wenn es einem nicht passt, wenn ich da mich an etwas erinnere, wo ich SMS-Nachrichten gekriegt habe. Nein, und ich glaube, das ist gut. Wir sehen auch durchaus, wo etwas gemeinsam ist, eben die großen Infrastrukturprojekte. Wir sehen auch genau gleich Deutschland wie die Schweiz, dass die direkte Demokratie von unten anfängt, nicht von oben herab verordnet werden kann. Und das ist durchaus erfreulich. Das heißt, wir lernen auch was. Es ist nicht so, dass die Schweiz das Wort der Demokratie, wie es eben vielfach dargestellt wird, die direkte Demokratie alles besser weiß, sondern wir sehen sehr viele Punkte, wo Deutschland, was wir von Deutschland lernen können. Haben Sie denn etwas, Frau Erler, wo Sie jetzt sagen, das würden Sie gerne noch weiter bearbeiten, was jetzt wirklich immer wieder gekommen ist, oder wo Sie sagen, jetzt müssen wir uns dieses Themas wirklich annehmen? Naja, das eine sagen wir ja immer, dass wir dieses Thema, wie wir auch die Dialoge vorantreiben, dass wir daran intensiv weiterarbeiten. Aber ich werde ja von diesen Schweizern auch immer inspiriert. Und ich denke, es gibt, wir reden ja immer darüber und werden immer gefragt, wo kann man denn direkte Demokratie noch ausdehnen? Wir machen jetzt diese Verfassungsänderung, wir machen diese Gemeindeordnung. Aber ich denke, zum Beispiel haben wir kein Abstimmungsrecht im Bereich Straßen und Verkehr. Heute gibt es das rechtlich nicht. Das wäre aber wahrscheinlich, also ich spinne jetzt mal auf Landesebene, obwohl es dann gewisse Bundesgesetze überschreiten würde, aber es wäre nicht verboten, das zu thematisieren, ob man den Generalverkehrswegeplan oder so mal abstimmen lässt. Wenn man so etwas sich vornimmt, geht das in zehn Jahren. Aber das wäre eine Ebene, also mein Wunsch zu sagen, wo kann man sinnvollerweise noch direkte Demokratie ausdehnen? Auch die Haushaltsfrage. Also bei uns gibt es diese Bürgerhaushalte, die sind natürlich nicht so stark nachgefragt, weil die Leute nicht wirklich entscheiden können. Und die betreffen ja immer auch nur einen kleinen Teil des Budgets, sondern nur bestimmte Aspekte. Manche machen auch, stellen das ganze Plateau rein und sagen, was findest du gut, was findest du schlecht. Also ich denke schon langfristig, dass es auf kommunaler Ebene und sehr interessant wäre, mal wirklich echte, so etwas wie Finanzreferenten zu machen und Haushalte zur Abstimmung zu bringen. Auch das ist ein langjähriges Projekt. Man sagt immer, das ist das Königsrecht der Parlamente. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Bereich ist, den man stärker anpacken könnte. Aber da haben natürlich viele Akteure große Bedenken. Ich halte es aber demokratietheoretisch für relativ unproblematisch und auch ungefährlich eher heilsam. Und Sie hätten dann eigentlich all diese Dilemmatas, von denen Herr, die heute Morgen gesprochen hat, müssten Sie dann auch aushalten? Ja, aber wir halten ja sowieso ständig Dilemmatas aus. Und das ist eine Ebene, wo dann tatsächlich, ich glaube, Akzeptanz geholt werden kann, auch gewisse Korrekturen, ohne dass man die Gefahr läuft, dass jetzt total Systeme aus den Fugen geraten. Das ist ja eigentlich ein Korrektiv. Und das, glaube ich, sehr befriedigend ist für die Bevölkerung. Also das finde ich schon sehr spannend. Spannend. Herr Grünfelder, wir haben mehr direkte Demokratie. Gibt es denn etwas, wo wir von der Schweiz sagen müssen, da müssen wir eigentlich denen was abschauen? Ich glaube, wenn ich es vereinfacht sagen darf, in der Schweiz ist das Volk der Impulsgeber. Mit Volksabstimmungen, es kann alles vorgelegt werden, es kann über fast alles entscheiden. Es kann aber auch wieder korrigiert werden. Es ist ein evolutiver Prozess. Also wenn mal was schiefläuft, in Anführungsschlusszeichen, kann man nach einem paar Jahren in allen Fals eine angepasste Vorlage noch was bringen. In Deutschland hat das Volk eher die, und das ist Deutschland wirklich besser, diese Pulsnehmerrolle, das heißt diese Beteiligungsverfahren. Wenn unsere Gemeindepräsidenten, Gemeindeoberhäupter sagen, ich gehe zur Gemeindeversammlung hin und dann schaue ich, was passiert, ist es meines Erachtens fast ein bisschen zu spät, wenn man darauf viel Zeit und Energie, Engagement auf Stufe Verwaltung, das sind alles Steuergelder, die dafür investiert werden, gute, teure Pläne macht, dass sich den Kopf zerbricht, nicht auf Expertenebene, auf der Exekutive Ebene, und dann sagt das Volk nein an einer Abstimmung oder eben auch an einer Gemeindeversammlung. Und diese Beteiligungsverfahren, eben diese Pulsnehmerrolle und nicht den Pulsgeber alleine, ich glaube, da ist Deutschland einiges voraus. Und das müssen wir genauer auch anschauen. Und genauer anschauen heißt stärker institutionalisieren? Ich bin auch der Meinung, wenn wir es machen, wieder von unten nach oben, wobei für mich ist auch die höchste Ebene eigentlich die kommunale Ebene, die ist am nächsten am Volk, aber es müsste mal auch Gemeinden interessiert sind und es sind zahlreiche Gemeinden hier, mal detailliert schauen, wollen wir das mal ausprobieren. Die Schweiz lebt ja davon, dass sie immer etwas Neues wieder ausprobiert. Es ist auch die Möglichkeit des Föderalismus, viele Kompetenzen sind ja nach unten delegiert und nicht gleich legifrieren. Aber wenn wir komplexe Projekte in Gemeinden haben, die millionenschwere Investitionen auslösen würden, wäre es vielleicht durchaus sinnvoll, das mal auszuprobieren, ob es machbar ist und ob man das Volk dann besser einbinden kann. Ja, aber das mit dem Ausprobieren ist ja ein bisschen heikel. Sie können ja zum Beispiel nicht sagen, jetzt geben wir dieses Jahr den Staatshaushalt mal einer Abstimmung und dann ist es schiefgegangen, nehmen wir wieder zurück. Naja, die Schweizer haben da auch ein Ventil und das würde man jetzt sicher nicht über Nacht machen, sondern als Prozess. Aber nochmal zu dieser Beteiligung, also natürlich kopiert man nichts direkt, aber ich finde, wir haben Kommunen, die haben sehr gute Strukturen für Beteiligungsverfahren, auch Leitbilder und Prozesse und auch auf Landesebene. Also ich glaube, das ist ein Bereich, wo Sie tatsächlich auch mal schauen könnten, was sich davon vielleicht doch adaptieren ließe, weil das ist ja bei uns jetzt sehr viel, nicht nur in Baden-Württemberg, da auch Energie hineingeflossen, diese Sachen zu vertiefen. Jetzt haben wir ja zwei Systeme, wir haben jetzt viel über diese Systeme gesprochen und hinter den Systemen steckt ja auch jeweils eine politische Kultur. Man lernt ja auch mit dem System, beziehungsweise das System passt sich der politischen Kultur an und umgekehrt. Wo sehen Sie denn dennoch so die Kernähnlichkeiten dieser beiden Länder und Kulturen? Die Ähnlichkeiten. Keine. Doch, doch, doch. Nein, wir haben unendlich viele Ähnlichkeiten. Es ist einfach die Art und Weise, ich komme auf die Differenz zu sprechen, Entschuldigung, die Differenz ist die Art und Weise der Bürgermitsprache. Wir haben Vertrauen in das Volk, auch wenn es mal anders entscheidet, löst auch bei uns Ärger aus. Und aufgrund der Politikkultur und der Geschichte, ich verstehe das absolut, ich bin selber auch Österreicher, ich würde in Deutschland mit dieser Geschichte, und sie sind auch ein viel grösseres Land als wir, auch wahrscheinlich nicht alles dem Volk vorlegen. Und bei uns kann alles vorgelegt werden, es kann auch wieder korrigiert werden, es wird nicht zurücktreten, das gehört zu unserem Spiel. Es löst Ärger aus, es löst Frustrationen aus, aber auch das gehört zur direkten Demokratie und damit muss man umgehen. Aber sonst haben wir durchaus sehr viel Ähnliches, auch dieser Willen zu schauen, wie man die Bevölkerung einbeziehen kann, wie man der Bevölkerung zuhören kann, sei es eben mit Beteiligungsverfahren, sei es bei uns, dass man quasi alles am Schluss vorlegt, aber durchaus der Willen auf das Volk zugehen und nicht nur einfach von oben herab zu bestimmen. Das sieht man wirklich und das spürt man bei Frau Erler, aber auch beim Ministerpräsidenten, den hier anwesenden deutschen Kolleginnen und Kollegen. Frau Erler? Ja, da kann ich jetzt eigentlich nicht so viel Neues dazu sagen. Also ich denke, die Sorge, also die Ähnlichkeiten, wenn Sie über die Grenze gehen, die sind einfach frappierend, jetzt auch gerade nochmal zwischen Süd-Baden-Württemberg und der Schweiz, kulturell sehr verwandt. Aber ich denke, darauf aufbauend, daraus machen wir noch zu wenig. Also wir haben jetzt gerade gehört, diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit zum Beispiel, trotz relativer Ähnlichkeit der Systeme, ist faktisch nicht wirklich ausgebaut. Also eigentlich finde ich das so lange, wie wir jetzt hier schon nette Kongresse machen, wir mal überlegen sollten, ob wir dieses Thema, also ich nehme jetzt mal das Endlager, Atom, wie weit ist es denkbar, dass wirklich systematisch und auf Augenhöhe da ein Prozess in einem bestimmten Radius stattfindet oder so, wo die Behörden, die Frau Schäfer hat es gerade zu mir gesagt, und die Regierungen und auch natürlich die Bevölkerung dann einbezogen sind. Also ich finde, wir könnten da etwas anspruchsvoller werden auf der Basis unserer doch relativen Gleichheit und nicht einfach immer sagen, weil ihr direktdemokratisch sind, können wir bestimmte Dinge nicht gemeinsam umsetzen. Wir haben Verfahren, die sich auch ähnlich sind. Das wäre so mein Wunsch, da einfach mal einen Schritt noch weiter in der Praxis gemeinsam zu kommen. Das ist eine klare Aussage und heißt eigentlich auch, dass dieser Diskurs so nicht abgeschlossen ist. Nein, also reden miteinander werden wir eh weiter, aber ob wir diese Konferenz haben, das hängt auch davon ab, natürlich ob das Volk uns wieder wählt. Dann drücken wir Ihnen doch einfach die Daumen. Also darf ich noch mal kurz in Ihr Mikrofon plaudern, Frau Gentinetta. Ich möchte mich bei Ihnen sehr bedanken. Sie sind gewissermaßen nicht nur eine Moderatorin, Sie haben eine echte Führungsrolle in puncto der Entwicklung jeweils dieser Konferenzdebatten. Sie sind extrem kompetent und wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Moderatorenrolle. Vielen Dank. Ja, damit mache ich jetzt wirklich Schluss. Ich möchte einfach noch mal allen Referentinnen und Referenten ganz herzlich danken, die gestern und heute hier oben waren, allen, die mit mir hier diskutiert haben, wenn auch nur kurz, aber nicht minder heftig. Ich möchte vor allem auch Ihnen danken, dem Publikum, Sie haben gewaltig mitgemacht. Sie konnten vor allem an den Workshops mitmachen. Hier oben ist es immer ein bisschen schwieriger, aber wir haben ja auch ganz interessante Themen, die wir immer auch so mitnehmen wollen. Im Namen der Tagungsverantwortlichen, eben des Staatsministeriums Stuttgart und der Staatskanzlei Ahrgau, möchte ich auch allen danken, die vor und während dieser Konferenz für alles da waren. Und da geht es ja immer von den ersten Überlegungen bis zum letztlich ganz perfekten Funktionieren, sind da ganz viele Hände und Köpfe beteiligt, auch für die, auch wenn Sie jetzt nicht hier physisch alle anwesend sind, einen großen Applaus bitte. Da hinten stehen Sie zum Teil. Und einen großen Dank bitte jetzt auch wirklich noch an Frau Erler und Herrn Grünenfelder, die diese Konferenzen so prächtig vorantreiben. Applaus